Citizen Science bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur in die Forschung involviert werden, um ihre Meinung zu sagen oder um ihre Expertise zu teilen, sondern dass sie wirklich ganz konkret mitforschen. Es ist auf jeden Fall besser, wenn man das Forschungsfeld den Profis überlässt, aber Bürgerinnen und Bürger sind in vielen Bereichen Profis. Was ist denn ein Profi oder eine Expertin? Natürlich sind das Menschen, die sich in einem Bereich sehr, sehr gut auskennen und man denkt da eher an Forschende oder an Menschen, die in einem bestimmten Bereich arbeiten und sich darüber eine Expertise oder über eine Ausbildung eine Expertise angeschafft haben. Aber es gibt auch eine Expertise im Lebensalltag. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dann bin ich noch keine Expertin für Fahrräder und ich bin noch keine Expertin für Fahrradwege, aber vielleicht bin ich schon ein bisschen Expertin für diesen einen Fahrradweg, den ich jeden Tag nutze. Und vielleicht habe ich eine gute Idee, was man da verbessern könnte und vielleicht lässt sich diese Idee auch übertragen auf andere Fahrradwege. Und schon kann ich was beitragen zur Forschung für Fahrradwege. Noch viel konkreter ist das, wenn man zum Beispiel mit Menschen mit chronischen Krankheiten arbeitet, die eine Medizintechnologie nutzen und die nutzen sie jeden Tag, die nutzen sie ständig. Dann haben diese Menschen somit eine Anwendungsexpertise in ihrem Lebensalltag zu diesen Technologien. Und das Wissen, das Menschen aus dieser Anwendungsexpertise, aus diesem Anwendungskontext heraus haben, lässt sich in der Forschung sehr gut umsetzen. Und daraus kann man sehr wertvolle Erkenntnisse erlangen, was man für die nächste Generation dieser Technologie zum Beispiel verändern könnte oder wie sich weitere Innovationen entwickeln lassen. Das ITAS hat eine lange Tradition an partizipativen Verfahren. Also Verfahren, bei denen Bürgerinnen und Bürger mit in die Forschung einbezogen werden. Wir machen das zum Beispiel gerne, indem wir Fokusgruppen durchführen. Das sind Workshops, zu denen wir die Bürgerinnen und Bürger zu einem bestimmten Thema, zu einer Technologie oder einer Innovation einladen und mit ihnen dann darüber diskutieren und uns somit die Meinungen und Ansichten der Bürgerinnen und Bürger einholen und diese dann wiederum in die Forschung geben. Das ITAS führt auch immer wieder Bürgerdialoge durch. Bürgerdialoge sind in der Regel eintägige große Workshops, in denen sich Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Wissenschaft an runde Tische zusammensetzen und zu einem Thema, einer Innovation oder einem Themengebiet gemeinsam Testen und Fragestellungen und Handlungsoptionen entwerfen, die dann wiederum weitergegeben werden in die Forschung und in die Politik. Und dann gibt es noch die Citizen Science Projekte am ITAS. Citizen Science bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur in die Forschung involviert werden, um ihre Meinung zu sagen oder um ihre Expertise zu teilen, sondern dass sie wirklich ganz konkret mitforschen. Ein Citizen Science Projekt läuft so ab, dass sich Team Wissenschaft und Team Bürgerinnen und Bürger zusammensetzen und ganz konkret gemeinsam erarbeiten, was in diesem Projekt passieren soll. Das beginnt mit der Forschungsfrage über die Methoden, die angewandt werden, wie wir Ergebnisse generieren und wie wir die Ergebnisse dann am Ende auch auswerten und kommunizieren. Und ganz besonders wichtig ist es, dass Bürgerinnen und Bürger eben nicht nur einbezogen werden, um Daten zu sammeln oder mal einen Fragebogen auszufüllen, sondern dass sie wirklich die Forschung machen. Und die Idee dahinter ist durchaus auch, dass sich die Forschenden, die akademisch Forschenden, so weit wie möglich zurücknehmen und die Bürgerinnen und Bürger die Forschung machen lassen, nach ihren Vorstellungen und Ideen. Die Aufgabe der etablierten akademisch Forschenden ist es hierbei, dass wir die Validität der Ergebnisse sichern, dass wir darauf achten, dass die Daten, die erhoben werden, alle auch valide sind, dass wir sicherstellen, dass die Methoden richtig angewandt werden und natürlich sind wir immer da, um Fragen zu beantworten oder um irgendwo zu unterstützen. Wir sind am ITAS davon überzeugt, dass es unbedingt, um eine Technologie gut abzuschätzen, mehrere Perspektiven braucht, mehrere Forschungsperspektiven. Es ist ganz relevant, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger und deren Perspektive mit in die Forschung einbeziehen. Und wir sind überzeugt davon, dass das ein sehr, sehr hohes Potenzial in sich trägt, aus dem auch neue Forschungsfragen entstehen können, auf die die Wissenschaft ohne den Input der Bürgerinnen und Bürger gar nicht kommen würde und dass auch die Ergebnisse so zukunftsträchtiger sind in der Hinsicht, als dass Technologien dann so entwickelt und angewandt werden können, dass sie von Bürgerinnen auf Bürgern wirklich sinnvoll genutzt werden können. Und genau deshalb ist es wichtig, dass die Forschungsergebnisse, die das ITAS generiert und die das ITAS dann weitergibt in weiterführende Forschung oder auch in die Politik, diese Perspektive der Bürgerinnen und Bürger auch wirklich beinhaltet. Die Herausforderung von Citizen Science Projekten liegt mit Sicherheit im Moment noch darin, dass es zu wenig Anerkennung dafür gibt und dass es auch noch zu wenig Anerkennung dafür gibt, was für ein großes Wissen und was für ein großes Forschungspotenzial auch in der Expertise von Bürgerinnen und Bürgern liegt. Das ist was, was bei Projektträgern und Fördermittelgebenden noch viel stärker ankommen muss, wo wir als Forschung auch die Aufgabe haben, das zu unterstützen und aufzuzeigen, wie wichtig das ist. Das wird zum Glück immer stärker gefördert von der Politik, von Projektträgern. Aber es ist auch wichtig, das ist eine weitere Herausforderung, darauf zu achten, dass dieser Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern, der immer mehr gefordert wird, auch wirklich so umgesetzt wird, dass die Perspektive der Bürgerinnen und Bürgern wirklich Eingang finden kann in die Forschung und dass es nicht am Ende so läuft, dass man Bürgerinnen und Bürger involviert, weil es gut aussieht oder weil es gefordert wird und sie am Ende aber doch nicht wirklich was sagen dürfen und was beitragen können zu dieser Forschung. Gerade das Verständnis des ITAS von Citizen Science als eine Methode, die die Bürgerinnen und Bürger wirklich ganz konkret in die Forschung involviert, ist ein Ansatz, den man in der Forschung bislang noch nicht an vielen Stellen findet. Was sehr schade ist und wo ich denke, behaupten kann, dass das ITAS hier durchaus eine Vorreiterrolle hat und einen Pioniercharakter einnimmt und wo von anderen Forschungseinrichtungen ruhig auch noch was lernen können. Wir finden es extrem wichtig, die Bürgerinnen und Bürger als Co-Forschende zu begreifen und ihnen somit die Möglichkeit zu geben, sowohl zum Wohle der Forschung als auch zum Wohle der Ergebnisse, von denen sie am Ende selbst profitieren, sich wirklich in die Forschung einbringen zu können. Ich denke, dass man von uns da wirklich was für die Zukunft lernen kann, da ja auch dieser Einbezug immer mehr gefordert wird von Seiten der Politik oder von Seiten von Projektträgern und das ist auch gut so. Ich würde mir wünschen, dass dieser echte Citizen Science Ansatz mehr praktiziert wird, also wirklich die Idee Umsetzung findet, dass Bürgerinnen und Bürger sich einbringen in Forschung, in Bereichen, in denen sie sich gut auskennen oder in Bereichen, die sie einfach brennend interessiert und somit ihre Expertise wirklich weitergeben können. Und dass auch Verfahren wie Bürgerdialoge oder die Reallaborforschung immer selbstverständlicher werden, immer mehr Anwendungen finden und es immer eindeutiger wird, dass wir diese Art von Forschung brauchen, zum Wohle der Wissenschaft und somit auf lange Sicht auch zum Wohle der Entwicklung von Technologien und zur Forschung für Bürgerinnen und Bürger.